so weiter geht's nein 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 ich dachte gerade ich kurz mal kurz auf kabel also jetzt komme ich rein ich weiß nur dass am anfang hier oder gab es irgendwie glaube ich eine möglichkeit das rein zu blitchen oder das spiel noch in der anfangsphase war ja was kann man die gucken du finde ich ist irgendwo gibt es ein campcorder den finden kann ich habe gerade noch mal das spiel gerettet die karte selber habe ich noch nie geholt deswegen weiß ich das gar nicht so so Ja. Sind hier viele Gegner? Der ist ein großer und auf jeden Fall so ein Armin. Ich weiß noch was ich mich da unten allein gelassen habe. Mal sehen ob ihr euch noch daran erinnert. Ach das ist das alles klar. Ich geh runter, keiner kommt mit, ich stehe da unten alleine. Ich dachte ich mache jetzt von hier oben einmal mit dem... War das nicht das wo Kev irgendwie hier Sachen runtergeschmissen hat und gesagt hat ich bleibe hier oben stehen? Keine Ahnung, das kann sein. Ich habe schon so viel gemacht, die weiß ich überhaupt gar nicht mehr. Wo ist denn der Armin? Ist der unten direkt bei dir? Klingt dann mal als wenn da viele Babys unten sind, ne? Ja die sind auch da Babys und Armin ist auch da drin. Ich habe Molotos, also ich kann noch ein paar wegbrennen. Oh da kommt er! Ich bin hier irgendwo fest gerade. Vorsicht! Nicht rein rennen! Ja ja, ist super. Wolltest du gerade das Vieh retten das denn? Ich wollte gerade auf den Arm sie den Molotos schmeißen. Jemand sprengst du mir vor genau vor Linse. Irgendwie. Er müsste doch mal gleich tot sein ey. Ah, endlich. Ja, finde ich schade, dass wir irgendwie keine Schadenszeiger haben oder irgendwie sowas. Weil der Schaden mittlerweile von denen runter ist. Oh, jetzt muss ich erstmal eine Medizin nehmen hier. Dann haben wir ja die Karte. Wie ist das Campo da? Alles gut? Oder was ist da los? Wo ist die Karte? Da ist die Karte. Wo ist die Karte? Sahara. Hat hier einer in der Hand. Sahara Dings, ja. Ja. Mit dem Campo da kannst du das Video angucken oder was? Ja. Ja. Wieso haben hier welche Melonen als Krippe? Melonen? Hier guck dir das nochmal an. Sieht aus wie so ein Melonen. Die beiden die hier liegen. Stimmt. Ja, die hier unten. Die Köppe. So von der Farbe her. Ja, die sind alle wahrscheinlich schon, liegen schon ein bisschen länger hier. Wahrscheinlich alles schon verstrumpelt und so. Eingetrocknet und so. Also genau deinen Fall, Kev. Also genau deinen Fall, Kev. Und das reicht ja auch mehr. Das sagst du jetzt. Ne, immer mit den Konsequenzen. Das war ja eine einfache Will jetzt. Ja, das ging, ne? Ja. Also jetzt fehlt nur noch die Leuchtpistole, ja? Ja, ich glaub schon. Ja, die gibt's ja auch noch genau in den Unterwasserhöhlen. Ja, so eine ist weiß ich genau. Aber die andere ist ja weiß ich nicht. Ich weiß, wo die mit der Kirche in der Arm muss sitzen. Ja, so ungefähr eine ist hier glaub ich relativ in der Nähe, ne? Ja, wir können auch wieder jetzt noch ein bisschen weitermachen mit der Abenteuer. Da wird's nicht langweilig. Wir können also nochmal jetzt die... Ja, ist das egal. ...einigen jetzt noch holen. Weil irgendwann hätte man was eh... Irgendwann hätte was eh machen müssen. Irgendwann hätte was eh machen müssen. Also ich weiß, dass hier an den Containern in der Nähe irgendwo eine Höhle ist. Also hier in dem Gebiet sind viele Höhlen auf jeden Fall. Ne, diese Unterwasserhöhle mein ich jetzt. Ja. Diese Unterwasserhöhle, wo man die Baupläne findet. Aber da muss ja auch ein Bloß bauen, ne? Ja. Also ich weiß, dass hier vorne direkt vor uns irgendwo einer ist. Im Eingang. Eine ist beim Schuss direkt. Eine Höhle im Eingang ist so direkt im Meer, ne? Irgendwo. Die sind alle direkt im Meer. Ja. Der Baumwürde ist ein Klo. Also ich weiß, dass hier einer ist. In der Nähe vom Anker ist einer. Und dann noch relativ weit links vom Meer ist auch noch einer. Ja. Aus und bloß bauen. Kann man machen. Dann wohl eher ein großes Bloß ist. Können wir der Wall im Herz haben. Ja. So, jetzt sind es ja nur ungefähr 50 Baumstämme, ist ja nichts. Ja, ist doch nichts. Ja. Ja, geil. Können wir hier oben mal eine Dynamitstange reinschmeißen? Ja. Ich hab keine mehr. Ich hab auch noch genug. Ich hab noch. Ich hab noch. Ich hab noch. Ich schmeiß mal hier oben eine rein. Wo seid ihr alle? Seid ihr alle in Sicherheit? Also ich bin hier vor dem Wald. Also vor der Schneise. Ja, da würde ich jetzt fallen lassen und da hinlaufen. Mach das. Achtung, ich lass jetzt fallen. Boah. Ja. 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 Die Links sind auf jeden Fall noch genug. Warum ich damit rinde in der Stadt. Äh, nein, nein, nein. Und diesen Armen sehe höre ich auch. Dass sie nicht mal schlafen. Das sagen die sich von uns bestimmt auch. Oi, oi, oi. Oh, einer ist schon hier. Bei mir, bei mir. Ich renne gleich ins Wasser, damit ich den irgendwie mal loswerde. Was ist denn der? Da. Der geht auf euch zu, pass auf. Uah. Nö. 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 Kommt noch einer. Ja. Auf mich, ja. Rät wieder raus aus dem Wasser. Warte. Ich brauch uns zu viel veräppeln. Einer hat auf jeden Fall schon ein Pfeil abbekommen, der hier links rumwandt, der blaue da. Wo ist der denn jetzt hin hier? Das gibt's doch nicht. Scheiße. Ich hab so eine alte vor mir stehen. Ja, ja, die haben wir hier auch. Wenn die mal stehen bleiben würde, dann würde man die auch mal treffen. Ist so, ne? Jawohl, Einer hat da gesessen. Ah, Markus, äh, ne, ne, aber das läuft irgendwie noch mehr rum. Jawohl. Einer tot wieder. Wenn der mal stehen bleiben würde, dann wäre das immer was. Guck mal, geht mal lieber weg, ich fackel euren Kumpel ab. Warte, ich muss gar nichts mehr fackeln. Blöd. Ich müsste mal was essen, ich hab nix mehr. Deswegen sag ich ja gerade hier schon die... Ja, vielleicht sollten wir einfach zurückgehen und ist ja nicht weit von hier. Gleich eben hell machen und dann was essen und dann weiter. Können wir machen. Ähm, setzt am besten mal hier ne, 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 äh, markier-Marker-Punkt. Bitte eine. Ich weiß mich nicht, wie es geht. Ist direkt bei uns nebenan. Ich stell trotzdem mal hier so ne... Ne, ah, hat dann ein anderes Floß, was wir das wiederfinden. Das siehst du doch an dem Hammer. Ach so. An dem Hammer-Symbol. Okay, dann brauchen wir es nicht. Alles gut. In der Bank. Keine Ausdauer mehr. So, ich hab ne Signalflagge hingestellt. Ja, alles gut. Bitte machen wir es im Wohl, macht's nochmal, äh, geht's. So. Oh. So. So. wenn du bringst mal demnächst mal gucken dass ich mir hier irgendwo mal noch so ein kleines baum häuschen insetzt wird also könnte ja gerne machen erst schlafen oder ja das schlacht also erstmals jetzt voll und nach dem schlaf müssen wir wieder essen dann erstmal schlafen wir alle miteinander und dann wird gegessen ja naja frühstück mal kurz speichern spiel retten tag noch mal 34 was eben was essen was trinken und dann muss ich mal kurz mein trinken wegbringen ich mache mal feuerchen ist ja gar nichts mehr zu essen ich werde jetzt ein hasen bluten da fällt mir gerade wieder dieses video ein okay da gibt es so ein video wo so eine spiel spielt wo sie auch so ein hasen zum schnee sitzen sie dann sagt das ist das ist was ich je gesehen habe und ihr bekommt ein pfeil so da nimmt aber jemand kefs job sehr ernst warum immer im ja jetzt essen die mir alle meine beine weg was wie kann ich denn hast du einfach mit kreis oder was du musst den erst töten mit r2 genau wenn du den so nahen fast genau jetzt ganz kurz meinen kaffee weg bringen kaffee weg bringt man das nicht drin hier ich bin wieder ja kaffee weg ganz heiße stimmung bei kaffee ja das hatte wir sollten mal eher hier gucken das spiele alles leer hier unser trocken gestell kaffee weg ja 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 wieso geht das jetzt nicht zu so wieder da seid ihr schon am bauen oder ich kann da eben noch ein paar fische fangen und hänge da noch ein paar fische rein ich hänge jetzt gerade die ganzen hasen auf so